so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es das funke shell set scream 45 millimeter hat das ganze hallo so sieht der mörs aus oder steht nicht mal drauf das war ein d-baller auf jeden fall das war ein d-baller und ich würde mal sagen sind es alle oder drei sechs stück sind hier drin in der packung und da würde ich mal sagen machen wir mal nach den hat die erste und alter die sind richtig geil übel krank ja letzte von den kranken Teilen. Hammer. Kauft ihr euch. Und jetzt noch einer hier. Hammerkrank. Unbedingte Kaufempfehlung, wenn ihr die findet. Ihr raucht schon raus. Hammer. Und damit sage ich, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.